Was heißt Windelfrei? Windelfrei heißt, dass Eltern die Fähigkeit des Babys aufgreifen, sein Ausscheidungsbedürfnis wahrzunehmen und zu signalisieren. Es heißt nicht, den Verzicht auf Windeln muss es nicht bedeuten. Es führt aber über kurz oder lang dazu, dass Eltern merken, Windeln wären unnötig. Es ist leichter, einfach nur die Hose runterzuziehen und mit dem Baby aufs Töpfchen zu gehen, als eine Windel abzumontieren und dann dem Baby das Ausscheiden zu ermöglichen. Wenn ihr mehr über Windelfreiheit wissen wollt, könnt ihr mich gerne kontaktieren, auf der Homepage nachlesen oder ein Seminar besuchen.